Ich verstehe es so, dass das der Versuch ist, zu einem kompletten Weltverständnis zu kommen, also allgemeine Relativitätstheorie und Quantenphysik in einer kompletten Theorie zu vereinigen. Unsere Theorie erlaubt uns, für alle möglichen Punkte in Raum und Zeit zu beschreiben, was da passiert. Und es gibt aber eben auch Punkte oder Bereiche in dieser Raumzeit, wo unsere Gleichungen keinen Sinn mehr machen, weil dann Größen unendlich groß werden. Das nennen wir als Singularität. Die Reise ist spätestens an der Singularität zu Ende. Das werden die Zeitenkräfte so groß, dass da nichts mehr übrig bleibt. Das heißt, eigentlich wäre auch da der Film wieder zu Ende. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge Wissenschaftler reagieren auf Interstellar. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das jetzt gerne in der Videobeschreibung nachholen. Bei mir auf dem Kanal, bei Dr. Watson, gibt es den ersten Teil zu sehen. Da haben wir schon ganz viel über Wurmlöcher gesprochen und über Gravitationsanomalien. Heute, jetzt in diesem zweiten Teil, geht es ganz viel um schwarze Löcher, um die Singularität, um die fünfte Dimension. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was unsere beiden ExpertInnen und Experten dazu sagen. Das ist zum einen Dr. Silke Britzen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Dr. Frank Ohme vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Und, falls ihr den Film Interstellar jetzt noch nicht gesehen habt, eure letzte Chance. Wir reden jetzt gleich über das Ende des Films und über ganz viele Szenen im Film, die spät kommen. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut euch den Film vorher nochmal an. Und auch, falls ihr den Film das letzte Mal damals im Kino gesehen habt, vor sieben Jahren, ist jetzt, glaube ich, nochmal ein guter Zeitpunkt, um das mit dem Film nachzuholen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide wieder dabei seid und die Zeit gefunden habt. Vielen Dank. Der erste Teil war schon super, super spannend. Wir haben über Zeitdiletation gesprochen, wir haben über Wurmlöcher gesprochen, wir haben ganz viel über Kip Thorne gesprochen und seinen Approach bei Interstellar. Und ich glaube, wir haben den immer nur namentlich erwähnt, aber wer ist denn eigentlich Kip Thorne und was hat er mit Interstellar zu tun? Ja, also Kip Thorne ist erstmal Professor für Physik am Caltech, im California Institute of Technology, mittlerweile auch Nobelpreisträger für die Entdeckung von Gravitationswellen und seine theoretische Arbeit dazu. Und in Interstellar hat er halt als Produzent, glaube ich, hat er also mitgewirkt und war natürlich der wissenschaftliche Advisor für das Filmteam. Also der hat tatsächlich viele der Gleichung aufgestellt und die Leute, die daran arbeiten, also darin angewiesen, wie das jetzt wissenschaftlich korrekt alles auszusehen und abzulaufen hat. Ich glaube, wir können generell sagen, dass wir den Film sehr, sehr gerne mögen und generell davon beeindruckt sind, wie wissenschaftlich akkurat er ist. Ja, kann man so sagen. Definitiv. Unglaublich. Jetzt geht es aber quasi um das eigentliche Superspannende, nämlich Gargantua. Also der Planet von Dr. Miller, der Wasserplanet, ist natürlich superspannend. Mit der Zeitalitation von einer Stunde sind sieben Jahre, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber so wirklich das Herzstück von allem ist ja tatsächlich das große schwarze Loch in der Mitte von diesem System. Als allererstes wollte ich da nochmal dazu gefragt haben, Gibt es das tatsächlich auch in der Realität, dass es Systeme gibt, wo Planeten umschwarze Löcher herumkreisen? Soweit ich weiß, wissen wir noch von keinem. Aber im Prinzip kann es möglich sein. Wenn es eine Aggressionsscheibe hat und wirklich eine heiße Aggressionsscheibe, die Röntgenstrahlung, Gammastrahlung emittiert, dann ist es sicherlich keine gesunde Umgebung für die Planeten da. Wenn es nicht emittiert, ist es verflucht, kalt und dunkel. Also Planeten könnten vermutlich da sein. Aber ob die habitabel sind, das ist eine ganz andere Geschichte, denke ich. Aber grundsätzlich müssen wir mal festhalten, dass das Universum voller schwarze Löcher ist. Also das wissen wir ja jetzt schon, nicht? Im Zentrum von Galaxien, vielleicht in jeder oder fast jeder, sind schwarze Löcher. Wir wissen auch, dass kleinere, kleinere schwarze Löcher, die immer noch, weil sie die 30, 40 Sonnenmassen haben, gibt es auch ganz, ganz viele im Universum. Also schwarze Löcher gibt es überall. Also im Prinzip, warum nicht mit den Schwierigkeiten für Leben, natürlich auf dem Planeten, die Silke gerade schon genannt hat. Aber denkbar ist das schon. Also wir gucken jetzt die nächste Szene vom Film. Die Crew guckt sich das schwarze Loch an, Gargantua. Erstmal, es sieht visuell wunderschön aus. Ich habe gehört, dass tatsächlich zwei wissenschaftliche Paper zu dieser Simulation, zu diesem schwarzen Loch geschrieben wurde. Denn es wurde tatsächlich simuliert. Es ist keine künstlerische, also natürlich ist es eine künstlerische Darstellung irgendwo, aber es hat niemand ausgedacht, sondern es wurde tatsächlich eine Computersimulation entworfen, um dieses schwarze Loch darzustellen. Und da ist tatsächlich richtige Wissenschaft bei rumgekommen für diesen Hollywood-Film. Silke, du nickst schon so viel. Du hast da, glaube ich, viel zu zu sagen. Ja, also zunächst mal, ich war hin und weg von diesem Bild. Also das war ja, bevor wir das Bild des Schattens des schwarzen Lochs gemacht haben. Und da war noch die Überlegung, wie sieht sowas aus? Ich arbeite da in der Event Horizon Telescope Kollaboration. Da werden jede Menge Bilder gemacht. Da werden Simulationen gerechnet. Aber wir haben natürlich nicht die Hollywood-Möglichkeiten. Und ich glaube, mit dem Budget in Hollywood ist das schon eine andere Geschichte. Also damals war das wirklich eine fantastische Darstellung, eine fantastische Simulation, wo man Lichtstrahlen in Richtung eines schwarzen Lochs schickt und dann guckt, was die Raumzeitkrümmung daraus macht. Und daraus entsteht dieses Bild. Die Aggressionenscheibe wird nach oben geklappt, wird nach unten geklappt. Also man hat diese ganzen relativistischen Effekte. Und das sieht fantastisch aus. Also ich war wirklich begeistert davon. Es wurde ein bisschen angepasst für den Zuschauer. Es wurde noch ein bisschen attraktiver für den Zuschauer gemacht. Also soweit ich weiß, hat man Effekte rausgenommen. Also es rotiert nicht mehr ganz so schnell. Dadurch ist diese Abplattung auf der einen Seite weg. Also dadurch wirkt es runder. Dann hat man den Dopplereffekt rausgenommen. Der eine Teil der Aggressionenscheibe kommt oft zu. Der andere geht von uns weg. Dadurch wäre die eine Seite heller als die andere. Das wollte man dem Zuschauer wohl, glaube ich, auch nicht. Also dieser Effekt ist raus. Dann hat man die Aggressionenscheibe, glaube ich, noch ein bisschen geschönt. An ein paar Stellen dicker gemacht und nach außen dicker gemacht. Was ich auch besonders schön finde, ist dieses Strahlen. Also man hat ja fast so einen Heiligenschein, dieses Bild. Und durch die Streuung der Teilchen. Also ich finde, es sieht schon fantastisch aus. Also ich bin immer noch begeistert von dieser Darstellung. Auch wie wir inzwischen ein echtes Foto haben. Aber dennoch ist es eine super Leistung. Ich war sowas von hin und weg. Und es hat mich echt noch mal bestärkt und befeuert zu sagen, Space und Schwarze Löcher sind super, super cool. Glaubt ihr, ihr bekommt neue Kollegen in Zukunft, weil dieser Film existiert? Leute, die extra Schwarze Löcher studieren wollen, weil es Interstellar gibt? Also unmöglich ist das nicht. Also tatsächlich stelle ich seit Jahren fest, dass beispielsweise forschen wir mit Supercomputern an der Kollision von Schwarzen Löchern. Und allein die Wörter Supercomputer und Schwarze Löcher, die faszinieren viele Leute. Und damit kriegen wir tatsächlich auch viele Interessenten. Einerseits für öffentliche Vorträge, aber auch Studenten, die tatsächlich zu uns kommen und sagen, Schwarze Löcher fand ich schon immer spannend. Ich will da mal mehr drüber erfahren. Und warum nicht? Also da hilft natürlich auch so ein Film dabei, die Faszination irgendwie zu befeuern. Erst recht, wenn er auf Grundlage von echten physikalischen Gesetzen berechnet wurde. Okay, dann Schwarze Löcher, das große Faszinosum. Lass uns drüber sprechen. Zum ersten Mal wurde ja gerade gesagt, nichts kann diesem schwarzen Loch wieder entkommen, nicht einmal Licht. Wo ich ja das Gefühl habe, dass das ganz oft falsch verstanden wird, weil viele Leute denken glaube ich daran, dass dann das Licht aufgrund der Gravitation nicht mehr entkommen kann. Aber das stimmt ja gar nicht so direkt, oder? Na, da muss man sich erst mal fragen, was ist denn Gravitation? Man muss erst mal die Vorstellung aufgeben, dass es irgendeine magische Kraft ist, die Newton beschrieben hat zwischen Dingen. Sondern Gravitation ist ja nur das, was wir sehen, aufgrund dessen, dass Raum und Zeit gekrümmt sind. Und wenn die Krümmung halt stark genug ist, dann ist es eben so, dass es so eine Art Trichter gibt in einem gekrümmten Raum, dass wenn man zu weit drin ist, kann man nicht mehr rauskrabbeln. Und das gilt dann für Licht, das gilt für alles. Und so funktioniert ein schwarzes Loch. Der eigene Horizont selber ist jetzt nichts, was ich anfassen kann. Da ist der Raum jetzt nicht besonders, außer dass die Krümmung dann natürlich so stark wird, dass eben nichts mehr rauskommen kann. Das ist schon Gravitation, aber wie gesagt, mit einem kleinen Sternchen dran, dass Gravitation eben Raumzeitkrümmung ist. Ich wusste das. Also, wenn man sich mit schwarzen Löchern beschäftigt, dann weiß man, dass da kommt nichts mehr raus. Aber als wir dann dieses Bild gemacht haben von M87, von dem Schatten des schwarzen Laufs, und ich habe an der Kartierung mitgearbeitet. Das heißt, ich habe selber diese Daten bearbeitet und habe das Bild von M87 gemacht. Und ich habe auf meinem Computer gesehen, da ist ein Bild, da ist es im Zentrum dunkel. Und ich habe gesagt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Es muss hell sein. Also alle Quellen, die wir vorher hatten, waren im Zentrum hell. Aber nur, weil wir nie wirklich mit der Auflösung an den Schatten rangekommen sind. Deswegen war es hell und es war Jet-Emission. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, Moment mal, das ist wirklich dunkel, weil da nichts rauskommt. Das ist dunkel, weil das der Schatten des schwarzen Laufs ist. Das ist super faszinierend. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Dann gucken wir uns mal eine Szene aus dem Film an. Das war jetzt die für uns nächste. Cooper hat gerade ganz, ganz viele Jahre seines Lebens auf der Erde verloren. Er hat gerade nur ein, zwei Stunden auf dem Planeten von Miller verbracht. Aber seine Tochter ist inzwischen wesentlich älter. Und er fragt sich jetzt gerade, kann ich in ein schwarzes Loch hineinspringen, um in der Zeit zurückzuspringen? Und Dr. Brand sagt ihm, nein, es geht nicht. Zeit ist relativ, Albert Einstein. Man kann sie dehnen, aber man kann sie nicht umdrehen. Der Pfeil der Zeit zeigt immer vorwärts. Das Einzige, was sich durch Dimensionen wie die Zeit bewegen kann, ist Gravitation. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Ist das richtig? Ist das eine komische Interpretation von Hollywood? Oder ist das totaler Quatsch? Nach der klassischen Theorie gibt es vier Dimensionen. Drei davon sind Raum, eine ist Zeit. Und durch den Raum können wir uns alle hin und her bewegen. Also durch diese Dimension können wir uns alle vor und zurück bewegen. Also da weiß ich jetzt nicht, was da jetzt besonders sein kann. Und es ist natürlich wirklich so, nach der klassischen Theorie, durch Zeit geht es nur in eine Richtung. Die kann immer nur nach vorne gehen. Und warum jetzt Gravitation wie Zeit sich über Dimensionen bewegen kann, das hat sich mir nicht so erschlossen. Klingt aber erstmal als Plot natürlich ganz spannend. Ist auch notwendig, weil sonst wäre der Film ziemlich schnell zu Ende. Ja, ganz genau. Jetzt geht es endlich um das schwarze Loch, vor allem ganz konkret um Gargantua. Also zum einen wird gesagt, es ist ein rotierendes schwarzes Loch. Dann wird gesagt, im Inneren gibt es eine schwache Singularität. Was ist eine schwache Singularität? Das war genau das, was ich jetzt neu gelernt habe, dass es zu der eigentlichen Singularität, dem Kern des schwarzen Lochs, noch eine einfallende Singularität geben kann durch Material, was hineinfällt. Und eine rausströmende Singularität durch Material, was bereits vorher reingefallen wird. Und reflektiert wird und dann Zeitverlangsamung, dann entsteht so eine Schockfront, wenn ich das richtig verstanden habe. Und diese Schockfront ist gemeint. Und da sind die Gezeitenkräfte nicht so schlimm, als wenn man bis runter zur eigentlichen Singularität fallen würde. Das heißt, die Hoffnung ist, dass man das überleben kann. Und dann wird über den Ereignishorizont gesprochen. Es wird gesagt, mit einer Sonde könnte man wohl am Ereignishorizont, eigentlich wird gesagt hindurch und dann wieder hinaus. Man kann Quantendaten herausschicken. Und da wollte ich jetzt unbedingt drüber sprechen, weil ich habe ganz, ganz viele Fragen. Vielleicht sagt ihr erst mal was zu der Szene. Also ich glaube, das ist die zentrale Stelle von dem Film auch. Ab dem Ereignishorizont fällt alles hinein und es kommt nichts mehr heraus. Also ab da hat man diese Einbahnstraße. Und wenn jetzt jemand reinfällt, passiert er den Ereignishorizont und wird es nicht merken. Also wird einfach durchfallen. Aber die Reise ist spätestens an der Singularität zu Ende. Da werden die Gezeitenkräfte so groß, dass da nichts mehr übrig bleibt. Das heißt, eigentlich wäre auch da der Film wieder zu Ende. Aber dann kommt der Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es angedeutet in dieser Szene, die wir eben gesehen haben, dass die Gezeitenkräfte nicht so stark sind. Also das kann man überleben. Auf der anderen Seite, ganz wichtig, glaube ich, ist hier, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Physik quasi bis zum Ereignishorizont. So, ob es wirklich diese Singularität gibt und welche Physik diese Singularität oder die Singularitäten beschreibt, ist nur noch ungeklärte Frage. Und eigentlich ist die Idee, und die wird auch in dem Film ja immer wieder angedeutet, dass wir Quantenphysik für die Beschreibung der Singularität, also diese unendliche Raumzeitkrümmung, da benötigen. Und um das gesamte schwarze Loch beschreiben zu können, physikalisch, realistisch beschreiben zu können, bräuchte man eine Kombination von allgemeiner Relativitätstheorie und Quantentheorie, eine sogenannte Quantenkravitation. Die gibt es noch nicht, soweit ich weiß. Es gibt tatsächlich Theorien, die vermuten, wenn das Innere von einem schwarzen Loch durch quantenphysikalische Effekte erklärbar wäre, dass es dann möglich wäre, dass diese Quanteneffekte am Ereignishorizont so rausliegen könnten. Also eine Hoffnung ist es auch für uns, dass wenn wir den Ereignishorizont jetzt in noch höherer Auflösung untersuchen können, also den Schatten des schwarzen Lochs und den Rand, dass wir, wenn wir ganz viel Glück haben, vielleicht Quanteneffekte sehen können, die uns Aufschluss über die Physik jenseits des Ereignishorizonts liefern würden. Und das meint er mit Quantendaten? Also er redet von Quantentaten aus dem Zentrum des schwarzen Lochs, wirklich von der Singularität. Ich rede von der realen Welt, was wir beobachten können und da bleiben wir am Ereignishorizont. Wir können nicht jenseits des Ereignishorizonts schauen. Im Film geht es ganz, ganz viel darum, die Gravitationsgleichung zu lösen und eine Lösung für Gravitation zu finden. Es wird auch gesagt im selben Satz, man kann Relativität nicht mit Quantenmechanik verbinden. Das stimmt ja auch, da sind wir ja gerade. Aber was ist denn die Gravitationsgleichung und würde man wirklich, sobald man in ein schwarzes Loch hineinfliegt, dann die Lösung finden, sobald man auf die Singularität drauf guckt? Also ich glaube nicht. Wenn ich mir jetzt meinen Tisch angucke, verstehe ich auch nicht plötzlich Teilchenphysik oder Quantenphysik, obwohl es im Prinzip natürlich die Information zugänglich ist. Also das Gleiche, glaube ich, wäre auch im inneren schwarzen Loch. Nur, dass man reinfliegt, man sieht das ja jetzt nicht plötzlich, leuchtet jetzt nicht die Gleichung vor einem auf. Aber man hat jetzt im Prinzip Zugang zu einem Bereich, der vorher eben nicht zugänglich war. Und gut, der Roboter fliegt ja zum Glück mit rein. Der, glaube ich, macht dann die harte Arbeit. So habe ich den Film zumindest verstanden. Also der nimmt das dann alles auf und misst die Strahlung und was auch immer und kann das dann an Koopa weitergeben. Ich glaube jetzt als Mensch, der reinfliegt, da gibt es jetzt also keinen Heureka-Moment, nur weil man plötzlich über den Ereignis holzt und tritt. Leider. Ja. Ah, ich verstehe auf einmal. Genau, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ich meine, also kann ich mir schon vorstellen, vor allem weil der eine Kollege aus der Crew, der hat ja 40 Jahre lang das schwarze Loch von außen untersucht. Und ihm fehlt ja quasi nur noch die Singularität, war jetzt so ein bisschen die Aussage des Films. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn dann quasi die letzten wichtigen Daten kommen von dem Roboter, dass dann alles zusammengesetzt wird. Aber trotzdem nochmal die Frage, fehlt uns gerade die Gravitationsgleichung? Ich habe das so in dem Film verstanden, dass es um die Quantengravitationsgleichung geht, also die Vereinigung von allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenphysik. Und die ist tatsächlich, gibt es noch nicht. Also von daher habe ich es so verstanden, dass es darum geht. Okay. Und das ist auch tatsächlich das, was die Wissenschaft jetzt gerade am ehesten versucht, diese beiden Welten miteinander zu verheiraten. Genau. Und das ist eben so eine Gleichung, die fehlt uns noch. Und wie gesagt, man hört ja manchmal populärwissenschaftlich die Weltformeln. Also uns fehlt noch so eine schöne Gleichung wie die Einstein-Gleichung oder wie die Maxwell-Gleichung für Elektromagnetismus, die einfach Natur gesetzt und aus dem fällt dann alles ab. Ja, das fehlt uns eben noch. Und im Optimalfall ist sie super simpel. Ganz genau. Null gleich Null. Also es wird dann von einer nackten Singularität gesprochen. Was ist eine nackte Singularität? Wenn das schwarze Loch schneller rotiert als maximaler Spin, dann verschwindet der Ereignishorizont. Und man müsste eigentlich auf die Singularität direkt drauf schauen können. So. Das heißt, die werden nicht mehr verborgen. Wir hatten das Problem nicht mehr, dass da irgendwas versteckt ist, wo wir keinen Zugang haben. Man könnte direkt drauf schauen und sie direkt untersuchen. Aber es gibt Theoretiker, die arbeiten daran, überlegen, ob es tatsächlich so etwas im Universum geben kann. Aber beobachtet worden ist das noch nicht. Also von daher von der Beobachterseitung würde ich sagen, gibt es nicht. Es gibt ja auch diese Cosmic Censorship Conjecture von Roger Penrose, die besagt, also aus einem Kollaps zum Beispiel von Sternen oder von Materie kann durchaus ein schwarzes Loch und eine Singularität entstehen. Es können aber keine nackten Singularitäten entstehen. Also wann immer es eine Singularität gibt, gibt es ein Ereignishorizont, der die sozusagen von der Außenwelt abschirmt. Das ist sozusagen die Kleidung des schwarzen Loches. Deswegen ist es eben nicht nackt. Wir haben noch eine Zuschauerfrage bekommen und zwar von Tim David. Wie genau ist die Singularität zu verstehen? Also ich habe mich auch schon ganz oft gehört und super schwierig natürlich. Hier hört die Wissenschaft auf, aber mich würde mal interessieren, wie ihr beiden Singularität beschreiben würdet in euren eigenen Worten. Endlose Krümmung von der Raumzeit. Aber für mich, ich sehe es eher als ein mathematisches Problem an, ehrlich gesagt. Also ich halte es nicht für ein physikalisches Phänomen, sondern für eine mathematische Lösung quasi. Und meine Vermutung wäre, dass es diese Singularitäten als physikalische Phänomene nicht gibt, sondern dass wir da was anderes finden, was das Innere eines schwarzen Lochs in die Physik erklären kann. Ja, sehe ich ähnlich. Unsere Theorie erlaubt uns für alle möglichen Punkte in Raum und Zeit zu beschreiben, was da passiert. Und es gibt aber eben auch Punkte oder Bereiche in dieser Raumzeit, wo unsere Gleichungen keinen Sinn mehr machen, weil dann Größen unendlich groß werden. Und dort, das nennen wir als Singularität, weil dort funktioniert einfach, die Gleichungen brechen dort zusammen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Okay. Das ist das ultimative Extremste, was es geben kann. Das müssen wir quasi herausnehmen aus der Beschreibung unseres Universums. Ich kann das Universum mathematisch beschreiben, außer an diesem Punkt, den wir Singularität nennen. Die spannende Frage ist, ist es eine Eigenschaft unseres Universums, dass es solche Punkte gibt, oder ist es eine Eigenschaft von uns und unseres limitierten Wissens? Und ich bin dabei, Silke, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass das unser limitiertes Wissen ist, dass das dazu führt, dass wir also Punkte im Universum haben, die wir noch nicht erklären können. Gut, dann machen wir jetzt die super spannende Reise ins schwarze Loch. In der nächsten Szene fliegt Cooper mit seinem Roboter in das schwarze Loch hinein. Wir haben nicht so unglaublich viel gesehen, außer relativ viel Schwarz. Man sieht relativ viel Geröll und, ich glaube, Sand effektiv oder ganz viel Müll in dem Sinne. Und irgendwann tauchen Funken auf. Also, erstmal die erste Frage, wie würde es aussehen, wenn ich in ein schwarzes Loch hineinfliegen würde? Sieht das realistisch aus? Kann man sich das so vorstellen? Oder sähe das ganz anders aus? Ich würde sagen, das ist ja wieder in dem Bereich der Spekulationen und im Bereich des Modells oder der Modellierung mit diesen verschiedenen Arten von Singularitäten. Und da passt es, dass da Material bereits vor Cooper reingefallen ist und dass er das rausströmen sieht. Also, das kommt ihm entgegen und dass er da Licht sieht, passt auch. Also, wenn es so etwas geben könnte, wenn man da reinfällt, wenn es die verschiedenen Singularitäten gibt, ich glaube, dann ist das eine Möglichkeit der Darstellung. Jetzt hört man ja ganz oft davon, wenn man in ein schwarzes Loch hineinfällt, dann wird man spaghettisiert. Man wird langgezogen, weil der Raum an den Füßen dann schon länger ist als an meinem Kopf und ich werde quasi in die Länge gezogen. Wieso passiert das hier Cooper nicht? Also, ich denke einmal, die Gezeitenkräfte sollen hier nicht so stark sein bei dieser ausströmenden Singularität. Aber dieser Ranger wird ja wohl zerrissen. Und letzten Endes, das ist vermutlich dann die nächste Szene, wird Cooper gerettet vor dieser Spaghettisierung durch diesen Tesseract. Also, das Mittel quasi oder das nächste Transportmittel, was genutzt wird, um ihn durch die Dimensionen da bewegen zu können. Da muss der Film quasi eine Lösung finden, die jetzt nichts mit der Wissenschaft zu tun hat, dass er aus dieser Bredouille der Spaghettisierung in der Singularität wieder rauskommt. Also, das ist dann Fiction. Okay, dann, seitdem ihr habt noch was zur Reise ins Schwarze Loch, sonst würde ich sagen, gucken wir uns dann an, wie es im Schwarzen Loch scheinbar laut Christopher Nolan aussieht. Also, wir sind gerade ins Schwarze Loch hineingeflogen und anscheinend ist das Schwarze Loch im Inneren ein Bücherregal. Zumindest behauptet der Film, dass diese fünfdimensionalen Wesen eine Möglichkeit geschaffen haben, für uns dreidimensionale Wesen zumindest die Zeit verständlich zu machen. Also, wir sehen das Bücherregal in unseren Dreidimensionen und dann ist es aber langgezogen, sodass ich quasi jeden Moment des Bücherregals sehen kann und das ist dann die Zeitachse. Hier sind wir jetzt natürlich komplett im Science-Fiction-Bereich. Kein Bücherregal wird im Inneren eines Schwarzen Loches sein. Trotzdem, glaube ich, will ja der Film für sich beanspruchen, dass es irgendwo eine gewisse wissenschaftliche Grundlage für diese Aussage gibt, oder? Oder nicht? Naja, also der Film geht natürlich von sehr nah an der aktuellen Physik zu sehr weit in den Bereich der Spekulationen und ich glaube, jetzt sind wir so weit im Bereich der Spekulationen, wie es nur geht. Okay, jetzt tatsächlich das Spannendste, wo auch ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer was zu wissen wollten. Die fünfte Dimension. Also, wir reden hier die ganze Zeit von fünfdimensionalen Wesen und es wird dann später gesagt, das ist überhaupt sowieso generell die Menschheit, die uns ja selber dann aus der Zukunft hilft und wir haben gelernt, die fünfte Dimension zu benutzen, zu verstehen, was auch immer. Erstmal, was ist die fünfte Dimension? Wie kann man sich die vorstellen und ist das dann immer noch, ist das noch im Bereich der Wissenschaft oder ist das auch wieder totaler Quatsch eigentlich? Ja, ich verstehe es so, dass das der Versuch ist, zu einem kompletten Weltverständnis zu kommen, also allgemeine Relativitätstheorie und Quantenphysik in einer kompletten Theorie zu vereinigen. Und da gibt es verschiedene Ansätze und da, denke ich, spielen diese Versuche über zusätzliche Dimensionen, außer unseren drei Raumdimensionen, einer Zeitdimension, dann zusätzliche Dimensionen und in der String-Theorie halt mit neun Raumdimensionen und einer Zeitdimensionen. Von einigen Kollegen weiß ich, dass sich manches einfach leichter rechnen lässt, wenn man eine weitere Dimension dazu nimmt. Ich habe das nicht wirklich verstanden, aber man kann wohl Prozesse veranschaulichen, wenn man zusätzliche Dimensionen dazu nimmt. Und ich sehe es mehr so als ein Werkzeug, um Prozesse verstehen zu können, indem man mit mehreren Dimensionen rechnet. Aber wie ich mir jetzt selber eine weitere Dimension vorstellen würde, ich finde es gut gelöst in Interstellar. Ich glaube, ich wäre eher aufs Denken ausgewichen, also über unseren Geist. Aber wie man das jetzt hätte anschaulich darstellen können, wüsste ich auch nicht. An sich finde ich das auch gut gemacht. Es ist ja, diese weitere Dimension ist im Grunde auch so ein Catch-all, so ein Konzept von etwas, was wir eben im Moment noch gar nicht greifen können. Also wir haben halt Zugang zu den vier Dimensionen, drei Raum, eine Zeit, die können wir erleben. Aber wer sagt denn, dass nicht die Welt eigentlich aus höheren Dimensionen besteht, aus mehr Dimensionen und viele von denen sind einfach für uns nicht so zugänglich. Das ist ja auch eine der String-Theorie, dass wir quasi auch in einem höherdimensionalen Raum leben, aber viele Dimensionen für uns also quasi gar nicht so zugänglich sind. Und ob das jetzt genau so ist oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber es zwingt uns halt, unsere Denkweise und das, was wir täglich erleben, auf eine völlig neue Art zu erweitern. Und ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass natürlich, wer weiß, was wir in der Zukunft für Erkenntnisse haben, für Möglichkeiten haben, wenn wir völlig unseren Horizont im wahrsten Sinne des Wortes öffnen für Dinge, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Darum geht es ja. Es gibt dann Dinge, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und das könnte also eine höhere Dimension sein, könnte auch etwas ganz anderes sein. Hier wird auch noch gesagt, es gibt ja die Theorie, dass die fünfte Dimension die Gravitation ist. Ist Gravitation eine Dimension und ist das eher eigentlich nur eine physikalische Kraft oder ist Gravitation ja eigentlich nur die Auswirkung auf unsere vier Dimensionen, die wir bereits haben? Genau. Also so wie wir es jetzt verstehen, ist Gravitation eine Eigenschaft unseres Raumes. Es ist keine Dimension selber, sondern es ist eine Eigenschaft, die wir dem Raum zuordnen können. Krümmung eben beispielsweise. Und es ist deswegen keine eigenständige Dimension, weil wenn ich meine vier Dimensionen mir vorgebe, wenn ich den Raum vorgebe, dann folgt natürlich die Krümmung daraus. Also ich habe das jetzt, wenn ich jetzt an eine fünfte Dimension denke, dann denke ich ja an was, was sozusagen unabhängig davon noch sich ändern kann. Und das ist natürlich nicht so. Wenn ich einen Raum habe und vollkommen definiert habe, dann ist die Krümmung einfach eine Eigenschaft, die daraus abgeleitet wird. Finde ich, dass Bücherregal stellt die vierte Dimension gut im Film dar? Das Bücherregal ist ja im realen, vierdimensionalen Raum. Und ich finde, also ich mag diesen filmischen Effekt mit dem Tesseract, mit der Möglichkeit da von Cooper, dass er in dieser Fassade von diesem Tesseract ist und die koppelt an dieses Bücherregal an. Ich finde das richtig gut gemacht. Ich mag das auch, diesen Morsecode oder diese Linien, diese Staublinien, die auf dem Boden entstehen durch die Gravitation angeblich. Also ich finde das schon sehr schön gemacht. Da bin ich Fan. Okay. In der allerletzten Szene des Films sehen wir quasi so ein bisschen die Zwischenlösung über das, was wir im ersten Teil besprochen haben. Die Menschheit ist nicht auf einem anderen Planeten, aber die Erde ist trotzdem kaputt. Und es wird eine Raumstation gebaut, die künstliche Gravitation erzeugt und zwar durch Zentripedalkraft eigentlich nur. Und das ist ja tatsächlich ein Konzept, das schon häufiger in vielen Science-Fiction-Filmen gesehen wird und wo tatsächlich auch schon einige Konzepte bestehen, richtig? Also es kann es ja wirklich geben. Ja, absolut. Also tatsächlich, das finde ich auch wieder ganz toll gemacht. Diesen Zylinder. Jetzt kann man wieder gucken, ob der Radius richtig ist und wie schnell sich da das rotieren müsste und so. Aber wenn man an sehr, sehr große Zylinder denkt, ist es natürlich so. Rotation, das ist dann, man spürt dann eine Beschleunigung, die nach außen gerichtet ist. Und das Äquivalenzprinzip von Einstein sagt ja eben, dass so eine Beschleunigung den gleichen Effekt hat wie Gravitation. Also von daher kann man schon rotierende Raumstationen und sowas, die könnten schon so eine künstliche Gravitation erzeugen. Wäre das eine interessante Zwischenlösung? Würdet ihr auf so einer künstlichen Gravitationsinsel leben wollen, irgendwann mal in der Zukunft? Ich bleib hier. Also ich würde auf jeden Fall mal Urlaub machen darauf. Okay, dann abschließende Meinung zu Interstellar in einem Satz. Silke, was sagst du zu Interstellar? Ich finde ihn fantastisch. Die Nähe zur Wissenschaft, unglaublich. Ein gelungenes filmisches Gesamtkunstwerk würde ich es nennen. Wunderbar, vielen Dank. Frank, Interstellar in einem Satz. Ein Satz ist schwierig. Ein ganz aufregendes Projekt. Drama und wissenschaftlich harte Fakten miteinander zu verknüpfen und das auch noch gut aussehen zu lassen. Und es ist ganz beeindruckend, wie das in den allermeisten Teilen des Filmes so wunderbar geklappt hat. Wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, mit euch Interstellar geguckt zu haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nochmal mehr hin und weg von diesem Film, als ich vorher schon war und habe ganz, ganz viel mitgenommen. Dankeschön für eure Zeit. An euch, wenn ihr jetzt noch mehr Wissenschaftler reagieren sehen wollt, dann kann ich euch Wissenschaftler reagieren auf Gattaca empfehlen. Da haben wir mit zwei Wissenschaftlerinnen und einem Wissenschaftler über CRISPR, über Genmanipulation und all diese Themen gesprochen. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Interstellar haltet. Und vielleicht habt ihr auch noch Fragen, die wir beantworten können. Gerne unten in die Kommentare. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.